Wie war diese erste Geschichte für den Anfang? Wollen wir weitermachen? Oder wollen wir lieber aufhören? Wir machen weiter. Wir machen weiter, Alter. Wir haben gesagt, Zeitdruck haben wir nicht. Was haben wir denn sonst zu bieten, außer Zeitdruck? Was haben wir noch zu bieten, außer Zeitdruck? Wir haben nichts zu bieten, außer Zeitdruck. Alter, zu hart. Warte, ich muss das Ding ein bisschen drehen, Alter. So. Das ist besser. Alter, jetzt kommt es, jetzt wird es hart. Jetzt wird es hart, Alter. Passt auf. Alter. Was für ein Albtraum. Messerstecherei am Herberg. Was geht denn hier ab? Ich schlafe tief und fest. Und träume davon, dass es Streit gibt. Meine Kumpels sind dabei. Und bin froh, dass es nur ein Traum war. Ich schlafe wieder ein. Und als ich in die Kirche gehen will, sehe ich eine Polizeiabspannung draußen. Als ich zurückkomme, erfahre ich, dass es tatsächlich eine Messerstecherei gab. Es gab einen Streit. Ich komme aus dem Erstaunen nicht mehr raus. Nun, merke ich, wie viel wir noch lernen müssen. Ja, mit Alkohol ist nicht zu übertreiben. Der Umgang muss gelernt sein. Schaffen wir das? Jawohl, Gussi. Höre ich. Wir schaffen das. Zu nice, Digger. Zu nice.